Monster Hunter Rise verrät uns nicht alles, deswegen hier die wichtigsten 5 Dinge, die uns das Spiel nicht verrät. Glaubt mir, bleibt dran, ist nützlich. Servus Monster Hunter Freunde, ich bin's Cory Fios und bei mir dreht sich alles um Monster Hunter Rise. Wenn Neuigkeiten oder Guide Videos sucht, ist hier auf jeden Fall goldrichtig. Könnt gerne mit dem Abo dabei bleiben, wird auf jeden Fall eine richtig geile Rise-Zeit. Heute geht's um die 5 wichtigsten Dinge, die uns Monster Hunter Rise eben nicht verrät. Bevor wir ins Video eintauchen, würde ich mich noch mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wer noch andere Leute sucht zum Spielen, kann man gerne auf meinem Discord selber beitreten. Chats und Gruppen sind dort erstellt, 4000 Monster Hunter Fans sind dort unterwegs. Da wird man auf jeden Fall fündig, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Starten wir direkt mit dem ersten Punkt, wie kann man geheime Rüstungen freischalten? Da gibt's mehrere Wege, ich rede jetzt nicht von den normalen Monsterrüstungen oder von den Rüstungen von den kleinen Monstern, sondern von Rüstungen, die man bei den Miausterjäger, bei den U-Booten oder bei den Arena-Quests bekommt. Eine mega coole Sache. Bei den Miausterjägern gibt's zum Beispiel das schwarze Tuch, das kann man rausbekommen per Zufall und dadurch schaltet sich das Todesgestank-Rüstungs-Set frei. Es gibt da noch weitere Rüstungen, also immer schön die Miausterjäger losschicken. Durch die Arena kann man ebenfalls Rüstungen freischalten, wie zum Beispiel das Brigade-Rüstungs-Set. Das eignet sich wirklich super zum Farmen, dazu muss man nur die Rajang-Quest machen und dort muss man die Jäger-Ass-Münze rausbekommen. Als Tipp für die Arena geht wirklich nicht alleine rein, sondern zu zweit, das ist einfach einfacher. Man bekommt dort nämlich ein vorgefertigtes Set, manchmal gut, manchmal schlecht, kommt darauf an, welche Waffenart man wählt. Man hat, glaube ich, fünf zur Auswahl und es gibt einen sehr schlechten Objektbeutel, da sind nur Tränke drin, sind auch keine Palikos oder Palamuts dabei, deswegen wirklich nur zu zweit am besten reingehen. Denn desto besser die Zeit, umso mehr Münzen bekommt man raus. Auch bei den U-Booten kann man richtig coole Rüstungen rausbekommen. Bei jedem Objekt stehen unten immer so seltene Zutaten oder Produkte mit dabei und die kommen mit Glück eben einfach auch beim Sammeln raus. Die sind dann einfach in der Reihe mit drinnen. Bei mir ist jetzt zum Beispiel der Gift-Komori drin gewesen und damit schaltet man zum Beispiel die Spio-Rüstung oder das Set eher gesagt frei und die Hüfte hat sogar ein zweier Schwächevorteil, aktuell in vielen Sets Meta. Deswegen schaut wirklich, dass ihr immer alle Kategorien einmal anklickt oder mal farmen lasst und schaut, dass ihr da eben die seltenen Produkte herausbekommt. Ihr könnt noch auf Buddy Falschen gehen, wenn der hoch genug im Level ist, könnt ihr die Chance sogar noch erhöhen, dass es eben schneller funktioniert, diese seltenen Materialien rauszubekommen. Deswegen immer wieder die U-Booten losschicken. Punkt Nummer zwei ist die Eule und der Rabe. Das kennen vielleicht einige von euch schon, die tauchen immer wieder zufällig auf der Quest auf. Man sieht sie auf der Minimap. Ein blaues Symbol ist der Rabe und ein braunes Symbol ist die Eule. Wenn man einen von beiden sieht, sollte man den sofort einfangen. Beim Raben hat man die Chance auf mehr Belohnungen im Endbildschirm. Heißt, ihr solltet auf jeden Fall das Monster fangen. Mein Kollege Sera hat so bei Magna Malo drei fette Edelsteine rausbekommen. Ich bin leider leer ausgegangen, man hat eben nur eine gewisse Chance. Das ist aber auf jeden Fall richtig krass, deswegen immer den Raben einsammeln und die Eule erhöht die Sennys am Ende der Quest. Auch nicht schlecht, gerade wenn man ein bisschen weniger Geld hat. Deswegen immer auf die Minimap achten. Als drittes geht es um die neuen Waffenangriffe. Gerade wenn man noch am Anfang ist von Monster Hunter Rise, weiß man noch nicht, wo man die herbekommt. Für die Waffe gibt es drei verschiedene neue Angriffe, die man gegen andere eben austauschen kann. Die ersten Angriffe bekommt man, wenn man Magna Malo besiegt hat und in den High Rank reinstartet mit vier Sternen in der Versammlungsstätte. Da geht es dann weiter und man geht dann einfach zum Meister Tsushi und der gibt euch dann eben die ersten 14 neuen Waffenangriffe. Im Endeffekt für jede Waffe einen Angriff. Im Laufe des High Ranks bekommt ihr auch noch weitere Quests von ihm. Einfach die wichtigsten HR-Quests abschließen, in den Rang aufsteigen und dadurch immer wieder bei ihm vorbeischauen. Dann gibt er euch eine ganze Latte von neuen Quests. Ihr seht das Ganze auch bei mir, die sind normalerweise immer auf der zweiten Seite. Hier zum Beispiel jetzt für Schwertschild bei vier Sternen, Jagdhorn ebenfalls, Morphax und leichtes Bogengewehr. Bei fünf Sternen sieht das Ganze anders aus. Da seht ihr, da ist das für Großschwert drin, Hammer, Lanze, Energieklinge und das schwere Bogengewehr. Und bei sechs Sternen seht ihr auch hier Langschwert, Doppelklinge, Gewehrlanze, Insektenklefe und zuletzt der Bogen. Die dritten neuen Angriffe bekommt ihr, wenn ihr drei verschiedene Waffen der Kategorie herstellt. Sie müssen aber im High Rank drin sein, also schon ein bisschen aufgewertet. Sobald ihr drei im High Rank besitzt, zum Beispiel vom Hammer, wie ich jetzt, habe mir da gerade drei verschiedene hergestellt, dann geht ihr einfach zu Meister Utsushi und der gibt euch dann, wie gesagt, den neuen Move von der Waffe. Ihr könnt dann einfach zu eurer Tour hingehen, sobald ihr einen neuen Angriff habt. Und dann unter Wechselkünste könnt ihr dann eben den anderen Angriff auswählen. Am besten, wie immer, in den Trainingsraum reingehen, den Angriff auswählen und den dann gemütlich testen. Als viertes geht es um die Essensgutscheine in Monster Hunter Rise. Die sind richtig gut versteckt. Wenn ihr die aktiviert, bekommt ihr zu 100% die Kantinenboni, was ihr eben gerade esst. Da sind wirklich extrem gute dabei. Lest euch mal die ganzen Kantinenzutaten durch und stellt dann euer Lieblingsgericht zusammen. Ein Kantinenguide wird noch kommen. Wer den nicht verpassen möchte, kann gerne ein Abo dalassen. Grüße gehen an dieser Stelle an meinen Kollegen Haki raus, der mir das Ganze gezeigt hat, wo man eben diese Kantinengutscheine herbekommt. Setzt euch einfach an die Kantine hin und klickt auf die bunte Mischung. Stellt dann einfach ein Objekt her. Ihr bekommt dann ein paar Sachen, entweder von der Katze oder von Yumogi. Kommt darauf an, ob ihr in der Versammlungsstätte oder eben im Dorf draußen das Ganze macht. Danach geht ihr einfach auf eine Quest. Und wenn ihr von dieser Quest wiederkommt, seht ihr bei der Katze oder bei Yumogi eben so ein gelbes Ausrufezeichen oder wie soll ich sagen eine Sprechblase. Einfach ansprechen und ihr bekommt dann von denen ein paar Gutscheine. Als fünftes geht es um die Waffendesigns. Das ist echt ein verwirrendes Thema in Monster Hunter Rise. Die Anfragen bekommt man schon relativ früh, die Quests dafür. Es handelt sich hierbei aber nicht um Dekowaffen oder Dekorüstungen, sondern um ganz normale Waffen, die man beim Schmied herstellen kann. Gerade wenn man neu ist oder noch nicht so weit im Spiel, denkt man, man guckt einfach in die Truhe rein unter Anpassungen und kann da eben wie gesagt dann diese Deko oder eher gesagt dieses Design auswählen. Es sind aber wirklich ganz normale Waffen, die man dann eben in der Schmiede findet. Sobald ihr eine Quest abgeschlossen habt, guckt in die Schmiede rein und dann werdet ihr eine neue Waffe finden, die eine sehr coole Optik hat, aber eben eine echte Waffe ist. Bevor das Video zu Ende ist, habe ich für euch noch ein kleines Update, was in nächster Zeit an Unboxings rauskommen wird. Unter anderem die Monster Hunter World Iceborne Collectors Edition, habe ich mir noch geholt, war ich sehr froh noch eine zu bekommen, denn ja, hat für mich einfach einen besonderen Wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Monster Hunter World Iceborne, besonderes Update, habe ich sehr geliebt. Und da werden wir mal zusammen noch reinschauen, habe ich letztens im Stream schon gezeigt, dort im Endeffekt aus dem Versandkarton ausgepackt. Und jetzt steht es aktuell noch im Hintergrund, bis ich dazu komme. Ich weiß nicht, wer von euch alles auf Twitch unterwegs ist, jetzt hier auf YouTube. Ist wirklich mega geil, jeden Freitag und jeden Sonntag um 19 Uhr bin ich da mit Livestreams am Start. Zum Beispiel im Endeffekt heute, am Freitag, wenn ihr das Video schaut, werde ich abends um 19 Uhr den Radale-Modus komplett mit meinen zwei Kollegen zerstören. Wir haben da eine richtig coole Taktik aufgebaut, wie wir wirklich gerade am Schluss die Monster einfach nur zerfetzen. Würde mich freuen, wenn ihr da wie immer am Freitag dabei seid. Dann habe ich auch noch was weiteres von Nintendo bekommen. Mega geil, dass die mich da unterstützt haben, haben sie mir zugesendet. Das Ganze wird ausgepackt, wir werden es uns anschauen und dann werde ich das verlosen. Die Frage ist nur, wann angedacht, was für 100.000 Abonnenten. Sind ein bisschen weit davon noch entfernt. Ich glaube, wir brauchen noch 6.500 Abonnenten. Mal schauen, wie schnell das kommt. Entweder ich werde es zu den 100.000 verlosen oder das Ganze früher machen. Da muss ich dann nochmal mit Nintendo sprechen, wie das Ganze bei denen aussieht, ob das auch okay geht, ob ich das auch früher machen kann. Ansonsten habe ich hier noch dieses Teil bestellt für mich selber, um einfach auch so eine Amiibo-Figur zu haben von Magna Malo. Finde ich cool und ihr bekommt da was richtig Nices und dazu wird es im Endeffekt auch noch ein Video geben. Das war es soweit jetzt zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, geholfen. Ihr wisst nochmal ein bisschen mehr zu Monster Hunter Rise und seid auch beim nächsten Video mit dabei. Ich würde mich über den Daumen freuen und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.